Was ist ein Christsein, was die Bibel uns lehrt? Woran erkenne ich einen Christen? Nicht, dass er fromme Worte macht, nicht, dass er in den Gottesdienst geht, das ist super, wenn er es macht. Ich hoffe, ihr tut das ja auch so, ihr seid ja hier und ihr am Bildschirm nehmt mit teil, auch eine Möglichkeit. Sondern wir erkennen es an der Veränderung, die in unserem Wesen Jesus ähnlicher geschieht. Deswegen mache ich momentan diese Predigtreihe zur Transformation. Und sie ist ganz stark geprägt von Galater 5, Vers 22, du kannst die erste Folie schon zeigen. Sie ist geprägt davon, Jetzt muss ich ein bisschen nach hinten gehen, damit ihr nicht meinen Kopf da so seht. Jetzt stehe ich gut. Sie ist geprägt davon, von einzelnen Charakterzügen, die in unserem Leben sich verändern, durch die Frucht des Geistes. Letzten Sonntag haben wir über die Liebe gesprochen. Daran wird die Welt erkennen, dass ihr meine Jünger seid, wenn ihr Liebe habt untereinander, hat Jesus sehr deutlich gesagt. Heute geht es um die Frucht, die der Geist wachsen lässt. Das ist die Freude. Habt ihr heute schon gehört am Anfang, worüber man sich so alles freuen kann. Ich habe so drei Hauptpunkte. Das erste ist, was für eine Freude ist überhaupt gemeint? Was tötet Freude ist der zweite Gedanke? Und der dritte, ganz logisch, was fördert Freude? Was sind die Freudenkiller und was sind die Freudenförderer? Wenn man den Begriff Freude in der Bibel sich anschaut, dann hat er eine sehr starke Verwandtschaft auch mit dem Begriff der Gnade. Freude und Gnade hängen ganz eng beieinander. Und sie gehören auch irgendwie zusammen. Der Apostel Paulus schreibt, freut euch in Gemeinschaft mit dem Herrn. Ich sage es noch einmal, freut euch. Der Paulus muss nicht alle Latten am Zaun gehabt haben, weil der also da im Gefängnis sitzt. Kontaktverbot, Ausgangsbeschränkung und wir sollen uns freuen? Ja, wir sind nicht abhängig von solchen äußerlichen Dingen, sondern wir freuen uns in dem Herrn. Da macht er schon deutlich, was für eine Freude das ist. Also der war sehr nüchtern, der hatte keine Illusionen, der wusste, was der Grund und die Basis seiner Freude ist. Das ist eine Freude, die kein Galgenhumor ist. Freude, die also von mir aus, ihr seht hier ein sehr tolles Foto, habe ich geklaut von der Internetseite von Olli. Olli aus Sassnitz, die machen dort eine Arbeit. Olli ist so ein Typ, der hat eine Freude. War schon hier und wird auch bestimmt wiederkommen. Jemand, der es im Herzen hat, diesen Herrn zu folgen und der da so verrückt ist, genauso ein verrückter Typ wie der Paulus, der geht dann nach Sassnitz in so eine Ecke, wo gar nicht viel läuft. Ich habe mir das angeschaut, da ist unser Plusmark harmlos dagegen, wenn du das Objekt dir anguckst, was der da übernommen hat. Und baut dort für die Menschen in dieser Region was auf. Freude hat also seinen Grund in der Beziehung zu Jesus. Es ist überhaupt interessant, den Philippabrief mal zu lesen. 14 Mal knallt Paulus uns immer wieder die Freude so richtig entgegen. Und macht uns deutlich, was da alles an Möglichkeiten auch bei uns drin sind. Freude ist keine Schadenfreude. Freude ist kein Galgenhumor. Freude ist nicht etwas, wo ich mich über andere eschaffiere oder über andere lache. Das ist nicht der schlechte Witz. Der gute schon. Aber nicht das, wo andere dabei schlecht wegkommen. Es ist auch keine Stimmung oder ein Gefühlsrausch. Es ist auch nicht nur das Anerzogene und Andressierte. Du musst immer lächeln. Ich unterrichte in der Berufsschule, in der ich auch noch so ein paar Stunden mache, für Altenpflege, unterrichte die Vietnamesinnen und Vietnamesen. Gibbon Smiling. Die lächeln immer. Und wenn ich dann mit jemandem ins Gespräch von denen komme, merke ich, ich denke immer, die sind fröhlich. Die sind immer voller Freude. Aber es stimmt nicht. Es ist kulturbedingt. Da ist man immer ein Lächeln auf. Immer nicht. Verstehen Sie man nicht, aber lächeln. Ja, das ist nicht gemeint. Es ist nicht eine Maske aufzusetzen. Von dieser Freude redet Paulus nicht. Sondern es muss etwas sein, was tief in meinem Herzen ist. Und das ist eine Frucht des Geistes. Und das ist schon wieder etwas, was mich entspannt. Weil ich sage, wenn ich mal so richtig schlechte Laune habe. Herr Pastor darf das ja eigentlich nicht. Das wisst ihr ja, aber manchmal passiert es mir halt. Da ist mir doch tatsächlich einer ins Auto reingefahren. Hat mir die Vorfahrt weggenommen. Und jetzt ist die Kiste Totalschaden. Ist schon drei, vier, fünf Jahre her, aber ich erzähle die Geschichte trotzdem jetzt mal. Wie? Wie kann man sich da freuen? Ich war stinke sauer. Kann der nicht aufpassen? Mein schönes Auto? Kaputt. Nicht mehr fahrfähig. Totalschaden. Ich war stock sauer. Gut, dann kam so Dankbarkeit ein bisschen. Dockte sich an. Mir nichts passiert. Denen, dem Ehepaar, dem Älteren nichts passiert. So ist das. Ein Ereignis kommt in unser Leben hinein. Und dieses Ereignis kann sehr unterschiedlich sein. Es kann toll sein, es kann schlecht sein. Und dann kommen wir zum zweiten Punkt. Wir sind sozusagen die Schaltstelle, wo sich entscheidet, wie wir darauf reagieren wollen. Ob das, was ich dort erlebe, bei mir Wut, Ärger, Frustration auslöst oder ob ich in einer Haltung bin, dass ich begreifen kann, dass Gott am Ende mein Herr ist, der über alles, was mich betrifft, auch noch das letzte Wort zu sprechen hat. Und er am Ende mir helfen wird und ich mich trotzdem darüber freuen kann. Ende vom Lied. Ich bin beim Gutachter. Und erzähle dem das so, wie sauer ich bin und was ist das schöne, schöne Auto. Und er grinst und sagt zu mir, es konnte Ihnen nichts Besseres passieren als das. Die Reparatur, die Reparatur, die Reparatur mit den und den und den Kosten hätten Sie in den nächsten zwei Jahren vor sich gehabt. Ja, ich bin kein Fachmann, habe ich nicht gewusst. So können Sie jetzt mit dem Restwert, der da noch ist, ein neues Auto sich kaufen. Meine innere Haltung entscheidet darüber. Ist in mir der Heilige Geist, der als Frucht in meinem Leben meine Haltung so verändert, dass ich immer noch in Freude sein kann, in diesem Grundton der Freude. Nicht in dem Joke alleine, sondern in dem Witz nur, sondern wirklich in dieser tiefen Freude, die der Heilige Geist mir gibt. Ich habe einige Menschen erlebt, die in absolut schwierigen Situationen waren, im Krankenhaus, aber die aus Jesus so gelebt haben, dass selbst ihre Krankheit ihnen nicht dieses Geborgen und Getragen und Freudigsein weggenommen haben. Sondern sie waren in Jesus so gehalten, dass sie wirklich im Angesicht selbst von Feindschaft ein wunderbares, köstliches Festmahl feiern konnten. So wie es Psalm 23 uns beschreibt. Was ist Freude? Freude ist im Bezug zum Herrn im Wachsen durch den Heiligen Geist etwas Wunderbares. Und Paulus wusste das. Paulus hat es geliebt. Der war sich völlig klar, er war in dem Herrn. Er war sicher, er war geborgen. Wer echt im Glauben lebt, trägt in sich einen Abglanz dieser Freude, selbst wenn es Kacke regnet. Oh, Pastor, jetzt muss ich mich wieder anstrengen. Nein, es geht nicht darum, dass du Leistung bringst und vielleicht noch diese asiatische Gib-und-Smiling-Maske aufsetzt. Sondern es geht darum, dass du dein Herz, dein Wesen, Jesus hinhältst. Und an dieser Mittelstelle, das Ereignis, deine Reaktion und die Auswirkung, dass du an dieser Mittelstelle in einer solchen Haltung leben kannst, dass du weißt, Gott regt mich, Gott hält mich. Und er wird in seinem Geist mir helfen. Auch wenn es um mich herum zusammenbricht. Was hat Paulus nicht alles erlebt? Er hat also so mal nebenbei eine Steinigung mitgenommen. Ein paar Mal knapp am Tod vorbeigegangen. Wir wissen von einigen Schwierigkeiten, die er hatte. Und er hat eine Haltung mitten im Gefängnis, sagt er solche Sätze. Toll. Jesus selbst sagt, das ist die nächste Folie. Jesus selbst sagt uns, ich habe es euch gesagt, damit auch ihr von meiner Freude erfüllt werdet. Ja, eure Freude soll vollkommen werden. Also selbst bei Jesus finden wir diesen Punkt, dass er sagt, ich habe vollkommene Freude in der tiefsten Gemeinschaft mit dem Vater im Himmel. Ich und der Vater sind eins, diese enge Beziehung, dieses Einssein hat also Jesus in eine gelassene Freudigkeit hineingebracht, die erstaunlich ist. Und er sagt uns diese Freude ebenfalls zu. Er sagt, du hast darauf eine Möglichkeit zuzugreifen. Die meisten Menschen um uns herum verbinden in ihrer Vorstellung Freude nicht mit Gott. Aber wir wissen, dass in dem, was Jesus hier gesagt hat, dass wirklich Freude daraus kommt, dass ich mit Jesus lebe. Sie meinen häufig, dass Freude, Freiheit, Geborgenheit dort kommt, wo ich selbst alles mache. Und das ist ein großer Fehler. Nein, dort, wo ich mich bewusst in die Hände Gottes begebe und sage, Herr, ich will tun, was du willst. Ich will leben aus dir und mit dir. Dort entdecke ich, wie auf einmal in mir eine Freude aufsteht und wächst und gedeiht. Also Freude erlebt der, der in Gemeinschaft mit Gott lebt. Das ist die nächste Folie auch. Dort können wir das ganz klar sehen. Du erlebst Freude dort, wo du einmal mit Gott in guten Beziehungen lebst, aber auch mit deinen Mitmenschen. Man kann sich das Leben wirklich zur Hölle machen. Und manche tun dies durch ganz viele Dinge, die ich gleich nennen werde bei den Freudenkillern. Das Reich Gottes, da geht es nicht um Essen und Trinken, da geht es nicht um Äußerlichkeiten. Das muss uns immer wieder bewusst sein. Wir Menschen neigen dazu, alles in den äußeren Bereich hineinzuschieben. Und also, ich habe heute keinen Schlips, irgendeinen Mensch. Darf ich denn als Pastor das ja? Also wenn ein Pastor ohne Schlips predigt, ist die Predigt nicht vollmächtig. Aber ich bin ja schon gut, ich habe ein Jackett an. Also 50 Prozent habe ich schon eingefahren bei einigen. Hört mir mit diesem Zockus auf. Das hat mir das Christwerden absolut schwer gemacht, diese ganzen gesetzlichen Sätze. Wenn, dann und so und so und dann wurde auf alle Äußerlichkeit geachtet. Aber wenn du genau hingeschaut hast, war alles nur Show. Es war nicht echt. Da war das Herz nicht dabei. Ich habe die Liebe nicht gespürt. Das war alles richtig. Nein, das ist nicht Essen und Trinken, sondern um das, was der Heilige Geist bewirkt. Gerechtigkeit, Frieden und Freude. Habt ihr gehört? Freude. Der Heilige Geist bewirkt Freude. Freude als Kennzeichen des Reiches Gottes. Das macht Paulus deutlich. Und in Vers 18 steht in Römer 14, wer Christus auf dieser Weise dient, wird von Gott anerkannt und von Menschen geachtet. Das hat also zwei Ebenen, zwei Dimensionen. Auf der einen Seite hast du dann bei Gott ein Stein im Brett. Gott ist begeistert von dir, wenn du aus dieser Freude lebst und Menschen werden angezogen von dir. Ich habe mich manchmal gewundert, warum bestimmte Menschen andere anziehen und andere verscheuchen. Menschen, die diesem Heiligen Geist mehr Raum geben, da ist was. Manchmal kann ich es gar nicht beschreiben. Sie sind anziehend. Es hat auch was mit dem charakterbildenden Ding zu tun. Na klar. Auch vom Wesenzug, vom Grundzug. Aber es hängt damit zusammen, ob ich mich verändern lasse. Ob ich es Jesus gestatte, in meinem Leben und an mir zu arbeiten. Die Freude als Kennzeichen von uns Christen ist scheinbar über die Zeit in der Kirchengeschichte ein bisschen verloren gegangen. Weil Christentum ist eine ernste Sache. Ja, also das müssen wir mal klar hier gesagt haben. Ja, also da geht es um Ordnung, Struktur. Ja, der Herr ist ein Herr der Ordnung. Na klar. Nein, steht so nicht da. Es gibt so viele Fehlübersetzungen und Fehlinterpretationen, wo man, ich liebe auch Ordnung, nur nicht auf meinem Schreibtisch. Aber darum geht es doch gar nicht. Sondern es geht darum, dass unser Leben in Ordnung ist. Nicht die äußeren Dinge. Sondern dass in uns der Geist ist. Dass Gott eine Landebahn immer und immer wieder in unserem Leben hat. Dass wir mit ihm verbunden sind. Dass er in unserem Leben hinein investieren kann. So wie wir das mal genommen haben. Wir mussten es in uns aufnehmen. So müssen wir dem Herrn es gestatten. Das ist jetzt schon ein bisschen mystisch, was ich erzähle. Aber es ist okay. Ja, es ist ein Bild. Dass wir es erlauben, dass Gott in unser Leben hineinkommen kann. Das ist sehr wichtig. Das ist eine Freude, die bleibt, wenn du den Arbeitsplatz verlierst. Das ist eine Freude, die bleibt, wenn du nach einem Unfall gehandicapt bist. Nach einer Krankheit. Und nicht gleich Heilung geschieht. Obwohl du bei drei vollmächtigen Heilungsevangelisten warst. Das ist die Freude, die dich trägt. Sogar durch die Phasen des Sterbens hinein in die Ewigkeit. Ja, es gibt Freudenkiller. Es gibt Sachen, die uns wirklich das Leben schwer machen. Was tötet die Freude? Hier habe ich fünf Dinge genannt, die ich sehr, sehr stark sehe. Einmal sind es so Leute, die alles mies machen. Die, die hinterfragen, die demotivaturen. Nein, also die sofort erzählen dir, was alles nicht geht. Hatten wir hier auch in der Gemeinde. Was haben wir am Anfang dieses Baus hier alles gehört? Liebe Schwestern und Brüder. Das geht nicht, das Geld reicht nicht, die Arbeitsleistung schaffen wir nicht. Und was haben wir alles gehört? Und dann hat die Gemeinde in großem Vertrauen und mit starkem Mut entschieden, wir bauen das Gemeindezentrum, auch wenn das Geld nicht reicht. Wir haben das erlebt, wie wir ein Grundstück kaufen konnten, mit einer Spendenquittung, die eine Hälfte und die andere mit Geld bezahlt haben. Wir haben erlebt, dass wir ein Grundstück verkauft haben, gerade zum richtigen Zeitpunkt. Mehr als wir erwartet haben vom Wert her. Wir haben erlebt, wie Gott bewahrt hat. Ich kenne Gemeindebauten, da ist dann nach einer der Mitarbeiter, der Bauarbeiter krank, Berufsunfähigkeit, weil er verunglückt ist. Wir haben so viel Gutes von Gott erlebt. Und es kommen immer wieder Leute, die sagen, das geht nicht, das gelingt nicht. Und ich habe manchmal auch diese Gedanken. Ich kenne sie auch, diese Gedanken. Aber die Frage ist, ob ich diesen Demotivatoren, ob ich den Raum gebe in meinem Leben. Ob die anfangen zu herrschen, noch kritischer wird, wenn sich davon zwei, drei Leute zusammenfinden, die ebenfalls so drauf sind. Die schaukeln sich dann so richtig hoch. Die können dir in einer Gemeinde das ganze Klima kaputt machen. Ich weiß nicht, ob die die Bibel nicht lesen. Ich verstehe es manchmal nicht. Alles wird hinterfragt. Vielleicht hebt man sich damit ab. Vielleicht will man sich schlecht fühlen. Vielleicht will man gar keine Freude. Ich weiß es nicht. Hör auf. Mit diesem negativen Reden und Denken. Hör auf. In der Nähe eines solchen Menschen kann ich mich nicht entfalten. Im Reich Gottes wäre so vieles nicht passiert, wenn es nicht Verrückte gab, die dem Herrn vertrauten. Das Zweite ist Pessimismus. Das heißt, hier ist Unglaub, hier ist fehlendes Vertrauen in Gott. Das wird sowieso nichts. Also man ist immer nur auf das Negative programmiert. Es ist eigentlich etwas, was daher kommt, dass ich selber negative Erfahrungen gemacht habe und aber mein Augenmerk auf diese negativen Erfahrungen richte und nicht auf die positiven Erfahrungen, die ich auch gemacht habe. Es ist letztlich eine Verschiebung meiner Blickrichtung in meinem Leben. Wir haben heute ein Lied gesungen, das ein Psalm Inhalt hatte. Lobe den Herrn meine Seele und erzähle dir ständig, was alles nicht geklappt hat. Ich habe das jetzt falsch zitiert, entschuldige bitte. Und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. Vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. Ob du jünger oder älter bist, vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat und dann lobe ihn. Das verändert. Negatives Reden führen zu einer negativen Atmosphäre und sind Freudenkiller. Ich meine nicht, dass angebrachte Getrick nicht nötig ist, keine Frage. Aber wenn ich immer wieder ein und dieselbe Leier höre, dann steht es mir nicht nur hier, irgendwann vergiftet es mich selbst, der ich das sage und der ich das höre. Egoismus, auch der ist manchmal da. Die Isolation, die meint, ich muss das alleine machen. Das ist aber nicht wahr. Wie viele Leute hat Jesus immer ausgesandt? Jeden Einzelnen, ja, nicht wahr? Nein, er hat immer paarweise ausgesandt, mindestens. Wir leben in einer Gemeinde, wir leben in einer Gemeinschaft. Wir sind also Menschen, die in der Gemeinschaft auch uns ermutigen können und ich erlebe das doch hier in der Gemeinde, wenn ich mal so richtig durchhänge. Wenn es mir emotional nicht gut geht, dann kommt irgendeiner von den Geschwistern und dann erzählt er mir was und dann, der Geist macht das ja so grandios, ja. Dann erzählt er mir was und ich war wieder fröhlich. Das gibt mir wieder Mut, weil ich auf einmal sehe, meine Wahrnehmung ist nicht alles und ich bin nicht der, der alles schafft. Muss ich doch auch gar nicht. Hör auf damit. Wenn ich nur bei mir und meinen Möglichkeiten bleibe, habe ich einfach Unglauben. Gott kann ohne mich so viel Gutes machen. Das hat er auch schon getan. Manchmal staune ich ja, was er sogar mit mir machen kann. Das ist ja noch grandioser. Da stehe ich daneben so ein bisschen und denke, wie hast du das wieder hingekriegt? Ich hätte es alleine vergeigt. Wo ich mich nicht anvertraue, wo ich meine, ich müsste einen bestimmten Stil leben, wo ich nicht ich sein kann, da töte ich die Freude. Wo ich nicht als Mensch leben kann. Ich liebe diese Gemeinde, ich sage euch das jetzt mal so, weil man hier Mensch sein darf. Man muss hier nicht perfekt sein. Sündlos bin ich, aber durch Jesus. Nicht, weil ich mich so angestrengt habe. Verstehst du? Hier darfst du sogar Macken haben. Ist das nicht herrlich? Aber du musst daran arbeiten, bitte. Nein, Egoismus, Einzelgängertum, Isolation. Ja, gibt es ein tolles Buch von Oswald Sanders über Einsamkeit. Ich kann euch sagen, die, die über Einsamkeit jammern, sind häufig die, die keinen Brief schreiben, kein Telefon in die Hand nehmen und andere anzurufen. Und man bleibt bei sich und man denkt, man ist der Größte. Nein. Die Eutia und die Synthücher haben sich gestritten. Die reden nicht mehr miteinander. Paulus schreibt darüber. Die sind im Streit. Streit hat die negative Eigenschaft, dass er die Atmosphäre in der Gemeinde Philippi kaputt macht. Das haben die damals auch schon gehabt. Warum musst du immer alte Kamellen vorholen? Die eigentlich heute gar nicht mehr aktuell sind. Hör auf damit. Deine Rechthaberei bringt keinen weiter. Ich habe es doch immer gesagt. Jetzt habe ich schon gewusst, dass das so kommen wird. Das sind die Sätze, die du dann sagst. Kennen sie auch von mir manchmal. Denkt man ja selber so blöde. Ich weiß nicht, warum das hier zwei Frauen sind. Vielleicht, weil die Frauen redefreudiger sind. Kommt es da auch manchmal eher zu einer Spannung zwischen den Mädels. Aber wir Jungs können das mittlerweile auch schon. Da haben wir nicht so viel Gutes gelernt. Nein. Streit tötet Freude. Hilft uns nicht weiter. Ich meine nicht, dass wir uns nicht sachlich auseinandersetzen müssen. Aber wir können wirklich ganz viel kaputt machen, wenn wir die Dinge aufbauschen, hochkochen lassen. Wenn wir nicht einfach uns in einem Konflikt auch Hilfe holen. Es ist manchmal hilfreich, wenn eine dritte Position dazu kommt. Und es ist auch hilfreich, wenn man einfach auch mal ein bisschen eine Ruhepause einsetzt. Und sagt, wir kommen jetzt nicht zusammen. Das passt nicht. Lass uns mal ein bisschen auf Distanz gehen. Und den Herrn fragen. Und vielleicht noch jemanden anderes mit ins Boot holen. Der als Mediator oder Moderator dazwischen ist. Wir haben in der Bibel da gute Bilder und Beispiele. Die sind so alt, dass man sie heute wieder entdeckt. Sorge. Krampfhaftes Besorgtsein zerstört ebenfalls Freude. Da kommt es dann am Ende zur Angst vor der Angst. Dagegen setzt die Bibel das Gebet. Das heißt die Orientierung auf Jesus. Ich kann, wenn ich hier vorne vor euch stehe, könnte ich mir jetzt Gedanken machen. Ich bin jetzt 62. Ja. Und jetzt habe ich das und habe ich dies wie weh und das Zipperlein und noch was. Was wird noch kommen? Und dann fange ich an, hypochrondrisch zu reagieren. Und ich fühle es schon hier am kleinen Finger. Man kann sich wirklich verrückt machen. Ich kann mein Leben nicht erhalten. Ich bin gehalten. Er ist der Anfänger und Vollender. Auch meines Glaubens. Ich kann für mich nicht garantieren, ob ich nicht irgendwann einen Knall kriege. Aber ich weiß, dass er dafür garantieren kann. Weil sein Opfer ist so stark gewesen, als er mich gerettet hat. Und ich kann mich nur immer wieder in seiner Hand wissend fallen lassen. Und da kann ich mich freuen. Weil ich weiß, er wird für mich sorgen. Was fördert eigentlich Freude? Die nächste Folie bitte. Ein tolles Bild. Hier merken wir. Mach die Schleusen auf für den Heiligen Geist. Lass das erfrischende Wasser seines Lebens in dein Leben hineinfließen. Das ist ganz klar das, was dir hilft. Die intensive Beziehung zu Jesus. Beziehungen leben. Wer sich abkapselt, verliert mehr und mehr Freude. Aber eben auch Beziehungen, die dir wohl tun. Und da ist eine Beziehung, die ganz entscheidend ist, eine Beziehung zu Jesus. Und durch ihn zum Heiligen Geist. Und durch ihn zum Vater im Himmel. Das ist A und O. Und dann aber auch gute Beziehungen zu Menschen, die dir gut tun. Ja, ich weiß, es gibt Menschen, die dir auch nicht gut tun. Und manchmal muss man denen auch Grenzen setzen. Und sagen, bitte bis dahin und nicht weiter. Aber du hast um dich herum Menschen, die dir gut tun. Mit denen verbünde dich. Lebe. Habe Zeit mit ihnen. Die materiellen Dinge dieser Welt, die sind sehr interessant. Aber wir werden manchmal in der westlichen Kultur darauf hin orientiert, dass wir dann Schafe, Schafe, Häusle bauen und was nicht. Bitte nichts gegen Häuser bauen. Also, ich will nicht falsch verstehen jetzt. Aber wenn alles nur noch um das Materielle kreist. Und du keine Zeit mehr für Beziehungen hast. Da ist was faul. Da schadest du dir selbst. Gelingende Beziehungen, Freundschaften. Deswegen brauchen wir Kleingruppen in unserer Gemeinde. Wir brauchen den geistlichen und den menschlichen Austausch. Das ist ganz wichtig. Da werden wir auch weiter arbeiten dran. Wir können hineinschauen, die nächste Folie, was also hier alles an Möglichkeiten. Da schauen wir in den Philippabrief. Da sollen wir uns in dem Herrn freuen. Indem wir in guten Beziehungen leben. Wir sollen ein ethisch geordnetes und strukturiertes Leben haben. Das hilft. Wenn klar ist, was in deinem Leben Priorität hat und was nicht. Vers 8, Philippa 4. Richtet eure Gedanken auf das, was gut ist und Lob verdient. Was wahr, edel, gerecht, rein, liebenswert und schön ist. Also, wo hole ich meine Impulse mir her? Vers 9. Wir haben eine stabile Grundlage in unserem Leben. Wir haben Vorbilder. Da schreibt Paulus, lebt so, wie ich es euch gelehrt habe und weitergegeben habe. Und wie ihr es von mir gehört und gesehen habt. Schaut dir Menschen an. Also, ich gucke mir jetzt zur Zeit gerade so Leute um die 80 an. Und nehme mir vor, wie will ich nicht werden und wie will ich werden. Es sind auch einige hier in der Gemeinde, wo ich richtig begeistert bin. Ich denke, so, so mache ich das mal in 20 Jahren. Ja, wir brauchen das. Prägende Typen. In positiver Hinsicht. Und das Letzte. In größeren Zeitmaßen denken und leben. Wir alle haben ja, Philippa 4, 4, immer noch die Luther-Übersetzung im Urso. Meine Generation. Freut euch in dem Herrn. Alle Wege. Und abermals sage ich euch, freut euch, ihr seid super. Selbst die Jüngeren haben ja mitgemacht jetzt hier. Ich bin ja erstaunt. Alle Wege. In einer viel größeren Dimension. Wir dürfen nicht nur hängenbleiben bei unserer momentanen Situation, in der wir jetzt sind. Was schreibt die Bibel uns nicht alles, wie schnell Gott Situationen verändern kann? Wo ich heute noch tief traurig bin, betroffen bin, in einer Schwierigkeit stecke, kann es morgen zu einem Jubelfest werden. Weil Gott da ist. Weil er das Unmögliche möglich machen kann. Weil der Herr nahe ist. Weil Gott in meinem Leben ein ganz bestimmter Faktor ist. Und weil ich auch weiß, es gibt eine Zeit nach dieser Zeit. Wir glauben, dass Gott am Ende in seinem Sieg vom Kreuz von Golgatha und seiner Auferstehung sichtbar macht, dass er der Herr im Hause ist, dieser Erde. Und da haben wir eine Perspektive. Über Philipper 4, Vers 4, über diese Freude, hat Martin Luther gepredigt, mitten in der Pestzeit in Wittenberg. Wo wirklich alles drunter und drüber ging. Wo ganz viele gestorben sind, hat der angefangen, sich auf die Kanzel zu stellen und über die Freude zu predigen. Weil er genau gewusst hat, wenn wir als Christen nicht hineinfinden in diese Perspektive, dann haben wir keine Chance in dieser Welt. Weil wir eine Freude haben, die übernatürlich ist. Weil sie durch den Geist Gottes gewirkt ist. Streck dich danach aus. Dein Name ist im Buch des Lebens eingetragen. Du gehörst zur Elite Gottes. Jetzt bin ich hochmütig, aber sei dankbar und freue dich. Weil Gott Ja zu dir sagt. Und denk dran, da kommt das Ereignis. Und jetzt ist die Frage, wie verhalte ich mich? Welche Impulsen gebe ich nach? Den Killern oder den Förderern? Die, die mich umbringen wollen und die mein Leben zerstören wollen? Oder dem, was der Heilige Geist mir zu bieten hat? Und wenn ich an dieser Stelle die richtige Entscheidung dritte, dann komme ich hinein in die Freude. Und das ist es, was wir uns wünschen. Dass unser Wesen sich verändert und wir attraktiv werden für Jesus. Nicht lächerlich, nicht kasprig, sondern voller Freude. Und das zieht an. Ich wünsche euch gute Erfahrungen in dieser neuen Woche. Dass ihr Erfahrung der Freude macht. Denkt immer dran. Es gibt einen Punkt, wo ihr euch entscheidet. Vielleicht erinnert ihr euch an meine alte Kiste, die da kaputt gegangen ist. Vielleicht, wenn ihr das behaltet, allein nur das Beispiel dann. Und in einer solchen Situation daran denkt. Was bestimmt mich jetzt? Und den Herrn fragt, wie soll ich mich jetzt hier verhalten? Er gibt euch gute Gedanken. Er führt euch. Amen. Amen. Amen.